Jo, Jo, Jo Freunde und damit Willkommen zu einer kleinen Runde Deathmatch. Jawoll, wir spielen wieder Battlefield 1. Ich denke, solange wir auf Call of Duty warten, ist das ein ganz guter Ersatz hier. Jetzt erstmal drauf, oh, da hab ich schon gut einen mitbekommen. Die letzten Runden waren ja ziemlich erfolgreich, würde ich eher sagen. Wurde ausgeteilt. Oh, von hinten, Junge! Shit, hat der alte Sau sich angeschlichen, naja. Alte Penner, ey. Ja, soll mal ruhig weglaufen. Ich finde dich. Oh, Junge, du kriegst Besuch. War das ein von meiner? Hier war doch eben noch einer, oder nicht? Ach, der steht da. Oh, was war das denn, Junge? Ich glaub, da ist einer krank. Wie, der Feind liegt in Führung? Was soll das denn? Geht ja mal gar nicht. So, wo geh ich hin? Hier, glaub ich. Da vorne geht's gut ab. Ich bin da, Boys. Okay, ich lauf mal hier rum. Spring hier rüber. Richtig athletisch, der Mann, ey. Da oben sitzt da drinnen. Der Sniper, ey. Gerade läuft irgendwie nicht so hart, ne? 2-2. Oh, Junge, hier laufen sie. Da muss ich hin. Ja, oder auch am Arsch der Welt, ist auch ganz geil. Ja, schön dich zu sehen, Mann. Los, Kanonenfutter, lauf vor. Boah, Alter. Heftige Granate. Die Toril gibt's später. Ich glaub, mal hier hinten lang. Hat nicht so wirklich was gemacht. Der ist an, Alter. Er hat's richtig drauf, der Macker. Springt überall rüber. Okay. Okay, einfach rüber hier. Ich werf' ne Granate, Mann. Was, noch nicht mein Assist? Was ist das denn? Hab ich ihn gar nicht gekauft? Okay, da ist auch wieder einer Down. Endlich mal. Lang genug gedauert jetzt hier. Dieses doofe Holz, ne? Kann ja wohl nicht sein hier. Aufgehalten vom Pfeiler, ey. Mann, Mann, Mann. Da läuft er! Okay, der hat ihn schon. Ich krieg' hier nur Assists. Was ist das denn, ey? Guck mal, er! Warum ging das jetzt nicht? Die Granate ist raus, Junge. Ach, schade. Boah, was haben wir denn da für Leute im Team, ey? Die gehen ja richtig steil. Deckung, wir suchen hier doch keine Deckung. Einfach raus, Junge. Korrekt, Junge. Das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Boah, das Spiel bockt nicht hart, ey. Wie der Schöne mitbekommen. Wow! Benimmt euch da hinten. So nicht, Freundchen. Oh, nein, 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 nein. Shit. Der kann nicht mehr viel haben. 33. Boah, was ist hier denn los? Ein richtiges Rule treffen hier hinten. Granate! Oh. Okay, einfach hier mal wieder rüber rennen. Oh. Sieht mir immer direkt eine Granate vor den Füßen hier. Ich bin gewonnen. Nein, da steht echt einer im Haus und guckt nach hinten. Was ist er denn für einer? Na, gucken, ob sie hier noch alles stehen. Ja, da stehen sie alle noch. Okay, diesmal ist es nicht so pralle. Aber 11-8 geht drauf, glaube ich, trotzdem noch. Granate! Granate! Was ist denn da hinten laufen die Gegner? Ich spring mal hier rüber. Oh! Shit. Was ist hier? Was ist hier? Yes! Den Sieg kill noch geholt. Wie in den letzten Runden irgendwie auch. Und 13-9. Jo, wir hatten natürlich zwei im Team. Die haben hier rasiert. Wir haben gegen drei Leute weniger gespielt. Da macht es natürlich nichts. Ist natürlich klar, dass man da gewinnt. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.